Musik Dieser Inhalt ist kostenlos. Um den Kanal für mehr kostenlose Inhalte zu unterstützen, abonnieren. Teilen. Kommentieren Sie bitte. Gestern Filme-Sie Filme-Sie Heute Elionmu Elionmu Morgen Al-Gadu Im Augenblick Fal-Hali Fal-Hali Im Allgemeinen Al-Gadu Al-Gadu Mindustrie M telev assassin Al-Gadu 用ское Keineswegs. Keineswegs. Ein wenig. Endlich. Endlich. Auf Wiedersehen. Sie sind willkommen. Merhaban beka. Merhaban beka. Was ist los? Was ist los? Können Sie mir helfen? Können Sie uns bitte helfen, ein Foto zu machen? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Wo sind die Toiletten? Wo sind die Toiletten? Gibt es ein gutes Restaurant? Gibt es einen guten Kaffee? 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 Wo befindet sich das Stadtzentrum? Gibt es einen guten Kaffee? Gibt es einen guten Kaffee? Gibt es einen guten Kaffee? Ich bin auf der Suche nach der Metro. Ich bin auf der Suche nach dem Bahnhof. 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 Gibt es einen guten Kaffee? Ich bin auf der Suche nach dem Bahnhof. Ich bin der Bankenhaus. Ich bin der Bankenhaus. Kann ich mir helfen? Kann ich mir helfen? Wo sind wir? Es ist links. Es ist rechts. 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 Wo befindet sich die Kasse? Ich möchte mir den Zeitplan ansehen. Ich möchte ein Ticket reservieren. Ich möchte eine einfache Fahrkarte kaufen. Ich möchte ein Hin- und Rückflugticket kaufen. Und wie viel Uhr soll sie ankommen? Welche Zimmer haben Sie zur Verfügung? Was ist die Kasse? 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 Ich möchte ein Einzelzimmer. Ich möchte ein Doppelzimmer. Ich möchte meine Reservierung stornieren. Um wie viel Uhr sollen wir auschecken? Was ist die Kasse? Was ist die Kasse? Was ist das Einkaufszentrum? Wo ist die Kasse? Wo ist die Kasse? ATIONAL? Was ist die Kasse? In welcher Zeit Öffneut ist sie geöffnet? In welchem ok? In welchem moment ist es geöffnet? Kann ich mit einer Kreditkarte bezahlen? Heißt du kannst du den Akte? Heißt du kannst du den Akte?